Gleich wird es Licht werden, es ist noch ein bisschen dunkel, aber in 10 Sekunden wird das Bild erscheinen mit mir, der junge Solka Acker, YouTube Gamescom, auf der Playstation 3 und ich sag mal wieder den bekanntesten Spruch im PS3-Sektor. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Entschuldigt bitte ein bisschen für diesen alten, backigen Hintergrund hier. Das Zimmer ist von 1970, das letzte Mal renoviert. Dennoch können wir hier, cool, wie wir sind, hier ein bisschen drüber reden, über ein paar Dinge. Ich möchte euch promoten und ich möchte gerne YouTubern helfen. Ich bin ein unglaublich kleiner YouTuber, warum mache ich das überhaupt? Aber vielleicht findet einer oder andere meiner Abonnenten vielleicht auf dein YouTube-Kanal oder findet sich auf deinem YouTube-Kanal. Gott, was für ein Deutsch. Auf jeden Fall, was musst du machen? Erstens mal, du kannst jetzt deinen Kanal bewerben, indem du unter dieses Video hier, was ich hier mache, einfach mal deinen YouTube-Kanal erwähnen tust, was du machen tust. Zum Beispiel, ich heiße jetzt Bambi24. Du siehst dieses Video, dann schreibst du unter dieses Video einen Kommentar. Hey, mein Name ist Bambi24. Ich let's playe gerne Fallout 3. Könnt gerne mal bei mir vorbeischauen. Mache relativ unterhaltsame Let's Plays. Ich werde aber auch bei euch vorbeischauen. Das heißt, bei jedem, der unter dieses Video seinen Kanalnamen oder seinen Kanal empfiehlt, werde ich vorbeischauen. Und wenn es mir gefällt, dann abonniere ich euch. Nicht vor euch. Ich abonniere keine Leute, die mir gefallen sind. Muss ich auch nochmal sagen. Ich will einfach diesen Leuten ein bisschen helfen. Ich bin auch relativ klein. Ich bin nur wüsstiert eigentlich. Aber Leute, warum nicht? Ich will einfach mal neue YouTube-Kanäle kennenlernen. Also promotet euch. Ich will neue Kanäle kennenlernen. Ich brauche neuen Sproff. Ich habe schon viele abonniert, aber trotzdem neues Material. Ich will kleine, kleine YouTuber sehen. Kleine YouTuber, die mit Ehrgeiz rangehen. Spaß haben. Weil da habe ich auch Spaß. Da kann ich gucken. Oh, geil. Ja, freue ich mich schon richtig. Ja, fast 2000 Abonnenten. Es fehlen noch so ein paar hundert. Wow, 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 wow. Wow, super. Das ist einfach eine geile Community, man. Geile Abonnenten. Super. Ne? Zwei Jahre bin ich jetzt dabei. Ne, doch, zwei Jahre. 2012. 2012 habe ich mal angefangen mit YouTube. war ich noch ein Azubi. Ein richtiges Azubi-Kind. Richtiger Azubi-Auszubildender als Koch. War sogar noch in der Berufsschule. Ne? Und jetzt bin ich ausgelernt, Leute. Verdiene die Kohle. Wunderbar. Mein Leben ist endlich wieder... Es lohnt sich wieder zu leben, Leute. Ne? Ausgelernt, der Koch. Geil. Auf jeden Fall, hey, vielen Dank nochmal und promotet euren Kanal. ersten Kanal, bitte, fangt jetzt an. 빵. B Sich... B興roo. Insofern.